Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich gerne mit einem Doppel-Normal-Team hier im Sonnenschein-Cup mal mein Glück versuchen. Ich habe vorne einen Skogler und in der Backline zwei Normal-Pokémon, die eine Kampfschwäche haben. Vorne resistiere ich das und vielleicht ist Skogler ja ein geiles Pokémon. Führung geht erstmal in Ordnung. Habe ich so nichts gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist straight-up ein Giftzahn und den kann ich durchlassen, weil ich den halt resistiere und das nicht unbedingt so viel Schaden verursacht. Also bleiben wir drin, setzen aber auch nicht direkt ein, denn wir wollen nicht, dass der Gegner komische Sachen macht und abfängt. Also jetzt kommt der Schaufeler von meinem kleinen, wundervollen Krypto-Shiny. Das reicht aus. Was holst du rein? Okay, wenn da das Ding kommt, gehe ich hier rein. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe zwei Pokémon mit, mit einer Eisschwäche und mein Grabbit kann keinen Feuerschlag. Meine Freunde, sind wir uns da maybe einig, dass das extrem räudig ist jetzt gerade. Können wir uns da einig sein, dass ich den Feuerschlag wieder benötige? Höchstwahrscheinlich können wir das. Höchstwahrscheinlich können wir das. Ich finde auch spannend, dass du die erste Attacke durchlässt und dann mich abschließt. Die macht dir am meisten Schaden. 1, 2, 3, Gleichstand gewonnen und entweder besiege ich dich jetzt, was schon mal eine ganz feine Kiste wäre, oder halt nicht. Du schildest jetzt tatsächlich nochmal rein? Das kann ich nicht zu 100% nachvollziehen, aber es ist mir auch relativ egal und ich bin froh, dass du es tust. Ich gehe raus. 1, 2, du gehst ebenfalls. Ich muss leider Brandsand einsetzen, na? Sollte mich aber nicht stören. Wisst ihr warum? Der Gegner wird höchstwahrscheinlich schilden, weil er mit einem Feuerschlag rechnet. Können wir uns vielleicht darauf einigen? Und ich habe ja auch mit Brandsand die Möglichkeit, den Gegner abzuschwächen. Vielleicht ist das jetzt mein Move. Dann einmal Aeroas drüben einsetzen und das war's. Ich hätte dich gerne abgeschwächt. Da bin ich ziemlich ehrlich mit euch. Soll ich einfach einen Hyperstrahl einsetzen? Ich habe den glaube ich so selten gelandet. Soll ich mal versuchen, hier einen Hyperstrahl zu nutzen? 1, 2, 3. Das wäre schon crazy, ne? Das würde mir sehr gefallen. Das würde mir tatsächlich sehr gefallen. Einfach Grabbits Hyperstrahl. Wir dürfen nicht vergessen, dass hier ganz entspannt der Feuerschlag viel besser gewesen wäre. Der wäre super brauchbar, aber auch der Hyperstrahl sollte Schaden verursachen und dann farmen wir dieses fliegende Taubos einfach runter und dann war's das. Der erste Kampf geht an uns. Wir hatten die doppelte Eisschwäche selbstverständlich am Start. Vorne und auch in der Backline. Aber davon haben wir uns nicht unterkriegen lassen, denn wir sind cool! Nein Pfextrahl... Nein! Burg auf Hyperstrahl habe. Ach, da habe ich auch keinen Brandsand, ne? Okay, dann lassen wir das so. Okay. Weiter geht's. Bestens bin ich vorbereitet, meine Freunde. Ich bin bestens vorbereitet. Ja, diese ganze Automatik-Sache, ne? Dieses ganze automatische Auffüllen hat sich hier gerade nochmal gez... wie Taurus. Hä? Das verstehe ich nicht. Stand das da gerade? Das verstehe ich gerade wirklich nicht, meine Freunde. Wo kommt der jetzt Taubos wieder her? Wo kommt Taurus wieder her? Habe ich das nicht geändert? Habe ich das nicht gerade geändert? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keinen Plan, meine Freunde. Ich habe tatsächlich keinen Plan und weiß nicht, was jetzt hier passieren soll. Ich habe das doch geändert. Oder hat er das nicht übernommen? Hat er das einfach nicht übernommen? Ähm... Habe ich das doch nicht... In welchem Paralleluniversum befinde ich mich gerade? In welchem Paralleluniversum befinde ich mich? Bitte lass mich ja... Das sieht gut aus mit diesem Steinhagel, den ich vor dir habe. Die... Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dein letztes Pokémon schwach ist gegen Willy, oder? Du schildest schon wieder. Ich gehe raus. Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Okay, ich würde eigentlich gerne blinden Bodyslam einsetzen. Ich habe aber die Sorge, dass du rausgehst. Wenn du rausgehst, wäre es doof. Aber ich will dich halt loswerden und du gehst natürlich raus. Selbstverständlich. Hast du doppelt sowas Nerviges dahinten? Das könnte durchaus möglich sein. Du bist jetzt bei einer Attacke zwei... Drei... Vier... Fünf... Okay, du setzt ein. Hast du deine nächste Schlammwomme bei vier und gewinne ich den Gleichstand? Weil da mache ich jetzt nochmal vier Attacken und mache dann einen Bodyslam. Also eins... Zwei... Drei... Vier... Du hast ihn wirklich bei vier. Das hat schon mal hingehauen. Und ich gewinne den Gleichstand. Leider wird dieser Schaden hier nicht ausreichen, um dich zu besiegen. Wirklich nicht. Das haut nicht hin. Es wäre geil, wenn du mich besiegst. Dann farm ich dich nämlich runter. Damit ich einen Energievorteil habe. Haut das hin? Perfekt. Das heißt, ich farm dich jetzt runter mit zwei Attacken, habe etwas Energie und du kommst hiermit zurück. Mein Freund, du hast aber leider die Attacke ready. Ich glaube, dass du hinten so einen Packs gehabt hättest oder hattest. Das heißt, Weedie wäre geil geworden. Das besiegt mich leider. Das besiegt mich leider. Wo ist mein Team hin? Das ist nicht mein Team gewesen. Das ist nicht mein Team gewesen. Hat er das hier nicht übernommen? Doch, da ist es. Und hier ist es auch. Jetzt gehe ich hier wieder drauf. Und hat er das nicht gerade auch angezeigt? Oder habe ich, habe ich einen, ich habe einen weg, oder? Habe ich einen weg? Ey, ihr seht das jetzt und ich sehe das dann erst in der Aufnahme wieder. Was ist hier los? Hm. Hm. Wenn er mir jetzt wieder irgendwas anderes anzeigt, dann drehe ich aber durch. Score, da jetzt funktioniert es. Okay, dann war ich gerade wahrscheinlich einfach zu doof. Ich war wahrscheinlich einfach zu doof. Richtig? Ja, ich denke schon. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Soll ich jetzt raus auf Grabbit? Weil Grabbit hält natürlich am meisten aus und so ein Sturzflug will ich auch nicht auf Dings abbekommen. Ah, ich mache halt Dick Damage, ne? So, zwei, du könntest auf Sturzflug oder du gehst einfach so raus. Ich bin mir nicht sicher, was du tust, ich würde es aber gerne herausfinden, du schwächst mich ab. Bleibst du jetzt drin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich weiß, dass dich ein Feuerschlag nicht besiegt und du weißt es. Aber ein Hyperstrahl könnte dich wahrscheinlich noch besiegen, lässt du es durch. Bam. Grabbit und der Hyperstrahl, das gefällt mir. Das gefällt mir gerade gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Attackentiming ist nicht optimal, das weiß ich. Ist mir aber lachen, ich will das hier loswerden, bevor du mir mit Drachenklaue kommst. Bevor du mit Drachenklaue kommst. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Lohnt sich ein Schild? I mean, ich bin zweimal abgeschwächt, das würde sich tatsächlich nicht rentieren. Und Skorkeler? Komm, wir kommen mit Skorkeler wieder rein. Eins, zwei, drei, vier. Ich werde das jetzt schilden und versuchen, dir eine Attacke rauszuhauen. Ich hoffe, dass mein Mund hier noch gut ist. Eins und dann einsetzen. Ich glaube, dass ich dich dazu zwingen kann, nochmal einzusetzen, sonst erreiche ich noch eine Lada-Attacke. Das sieht nach meinem KP her ganz danach aus. Eins, zwei, okay, du tust es. Was ist dein letztes Pokémon? Und kann ich dich jetzt einfach runterfahren mit Mund hier? Oder ist das zu heikel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gleichstand verloren. Gewinne ich den Gleichstand gegen Dings? Wie heißt das? Libeldra? Hast du eine Attacke ready? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe eine ready. Du hast jetzt eingesetzt und bist bei null Energie. Ich brauche jetzt aber ebenfalls Energie und ich weiß nicht, ob ich dich gefahren kriege. Also, eins, zwei, drei, vier, einsetzen, fünf. Jetzt hättest du deine Lada-Attacke und ich würde den Gleichstand verlieren. Wenn du eine Lada-Attacke ready hast, ist es zu Ende und wenn nicht, mache ich eine Sofort-Attacke und komme dann zur Lada-Attacke, weil das dann drei Züge sind, so wie deine Lada-Attacke halt, also deine Sofort-Attacke. Von daher können wir den Kampf hier schon mal gewinnen und das ist sehr, sehr nice. Das ist gerade sehr, sehr nice. Team 2 ist halt wild gewesen. Das zweite Team war halt extrem wild. Ich glaube, der hat das einfach nicht aktualisiert gehabt. Doppel-Normal gefällt mir eigentlich. Gerade Grabbit und Mund hier finde ich ziemlich cool. Mund hier und Skorgler, muss ich aber sagen, sind für mich hier MVPs. Die Dinger mag ich extrem. Skorgler habe ich wirklich lieben gelernt durch diese Season und es macht einfach Bock. Okay, ich muss aber auch sagen, Grabbit und der Hyperstrahl, der war bisher zweimal ganz witzig. Führung ist tatsächlich in Ordnung. Wir müssen nur schauen. 1, 2, 3, ob ich die Attacke landen kann, 4, 5, 6, 7. Du setzt jetzt ein. Will ich denn dann überhaupt hier noch einsetzen, nachdem ich abgeschwächt wurde? Oder will ich rausgehen? Ich mache eine Sofortattacke, damit das ebenfalls 3 Züge sind und ich mir eigentlich fast sicher sein kann, dass du nicht rauswechselst, da du dich ja gerade in deiner Attacken-Animation befindest. Also einsetzen, Schild ziehen und raus. So, 1, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du rausgehst. Du schwächst mich ab und gehst dann raus. Weil hier drin willst du eigentlich nicht drin bleiben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, Hyperstrahl wird sich rentieren bei dir, ne? Du kannst 2 auf jeden Fall nicht überleben. Vielleicht nachdem du mich vielleicht noch 2 Mal abgeschwächt hast? Wie crazy ist das denn jetzt gerade? Was soll das denn? Was soll das denn? Krass. Wer rechnet denn damit? Und mir fällt gerade auf, meine Freunde, ich habe 3 Kampfattacken mit. 1, 2, 3, ich habe, ach nicht Kampfattacken, Bodenattacken auf, ähm, Grabbit, Skorglow und Mundtier. Hm. Es tut halt nicht mehr so weh, ne? 1, 2, 3, ich muss leider raus, ob ich will oder nicht. Ob ich will oder nicht, ehrlich gesagt. Ich muss auch ein Schild investieren, damit ich nochmal eine Attacke einsetzen kann. Ja, ich weiß, es ist nur dieser Billow Move, aber, ich will ja hier nochmal eine Attacke rauskriegen. Es ist gerade nicht alles Gold, was glänzt, ne? Es sieht nicht optimal für mich aus. Ich brauche aber den Schaden hier bei dir. 1, 2, dann komme ich mit Grabbit wieder rein, und würde zur Not auch die Bodenattacke einsetzen. Du setzt aber freiwillig ein. Dann farme ich dich mit Mundtier runter, habe Energie auf meinem Pokémon und dann vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwas zu reißen bei dir. 1, 2, du bist weg vom Fenster. Gegen Stalus bin ich effektiv. Dein letztes Pokémon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich schilde Breitseite tatsächlich jetzt sehr, sehr gerne. Ich werde aber noch keine Ladeattacke nutzen, falls du die jetzt abfangen willst. Das heißt, wir gucken mal. 1, 2, 3, 4, und wir schilden, äh, wir schilden genau, wir setzen den resistierten Move ein. Der wird durch deinen Stahltypen resistiert und macht wahrscheinlich nicht viel Damage. Und es reicht nicht. Au, du hast einen Mund hier. Ich habe jetzt 2 Attacken ready. Und ich habe die Befürchtung, dass das hier nicht ausreicht. Ich brauche da aber halt die Energie auf meiner Seite, ne? Nein, das reicht leider nicht. Okay, Stalus ist halt ein Top-Pokémon durch diese ganzen Abschwächungen. Mit Drachenrute und auch Breitseite ist man wirklich stark unterwegs. Man kann dann auch noch mit der Breitseite dazu abschwächen. Theoretisch kann man Psycho-Beißer nutzen, um die Verteidigung jetzt gegen das dann nochmal zu schwächen. Oder man nimmt einen Knirscher mit, was auch eine prozentuale Chance hat, die Verteidigung zu schwächen. oder on top als fetten, fetten Finisher abbilden. Stalus ist ein Top-Pokémon und ich kann es einfach nur noch empfehlen. Es ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Und, ähm... Ja, diese ganzen Flyer sind halt nervig. Aktuell sieht Eis ganz geil aus. Eis-Pokémon hier in dem Cup sehen gerade recht gut aus. Die sehen wirklich gerade gar nicht so schlecht aus. Muss man ja mal zugeben. Skorgler Sum-Packs. Nicht geil. Ganz und gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du machst das so. Du setzt noch nicht ein. Möchte ich denn meinen kleinen Skorgler-Kumpel hier einfach draufgehen lassen? Sechs, sieben, acht, neun... Ne, acht. Ich kann vielleicht eine Attacke überleben, weil du kein Krypto bist. Aber wir gucken mal. Tatsächlich, deine Sofort-Tacke machen keinen Schaden. Großartig. Den Gleichstand gewinne ich? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben aber auch gesehen, dass du zur Attacke ausgeholt hast. Weshalb es dann dementsprechend kein Gleichstand sein kann. Eins, zwei, drei. Du gehst raus. Und ich gehe raus. War das denn hier die clevere... War das clever, hier reinzugehen? Ja, ich hätte sonst auf Hyperstrahl gehen müssen, ne? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Denn Sumpax hat halt mega viel Energie. Was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. By the way. Ganz und gar nicht. Ich kann das hier durchlassen. Und wenn du schildest, farmst du mich wahrscheinlich runter. Ich glaube, dass das dann hinhaut. Und du farmst mich... Nein, das haut nicht hin. Das sollte nicht hinhauen, ohne, dass du nochmal einsetzen musst. Weil ich sonst noch einen Body-Slam schaffe. Von daher mal gucken. Du schaffst hoffentlich keine Attacke mehr. Nee. Du schaffst doch noch eine. Krass. Das war knapp. Das war echt knapp. Jetzt muss ich mit Gripit rein. Und ich habe nicht mehr auf dem Schirm, wie viel Energie du hast. Also machen wir das so. Ich wollte gerade rüber. Ich wollte gerade rüber. und die Attacke abfangen. Leider hat es nicht funktioniert. Erdbeben. Kann ich runter farm jetzt? Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich wollte bei vier rauswechseln. Aber du hast schon vorher eingesetzt. Jetzt kann ich aber komplett farm, meine Freunde. Eins. Zwei. Was hast du mit noch ein Flug-Pokem und wäre meine Verhängnis? Wäre echt mein Verhängnis. So Mundtier. Du bist jetzt bei drei Attacken. Setzt du direkt bei fünf ein. Dann könnte ich ein Body-Slam abfangen. Das wäre eigentlich sehr wichtig. Das heißt, Server sind am Start, aber es funktioniert trotzdem. Irgendwo war da ein kleiner Ruckler, aber ich habe gesehen, dass du zweimal dazugehauen hast. Von daher hat das funktioniert. Ich könnte dich in einem Gleichstand erwischen. Eins. Zwei. Trau mich aber nicht, weil ich vorher dich vielleicht sogar abschwächen wollen würde. Du bist jetzt bei vier Attacken. Eine weitere und du hast einen Body-Slam. Bitte meine Abschwächung. Komm schon. Fünf. Aha. Du machst das clever, um diese Abschwächung zurückzusetzen. Ich kriege vielleicht hier noch eine rein. Hätte ich auf dem Hyperstrahl schwitzen müssen? Das wäre, glaube ich, jetzt die bessere Wahl gewesen. Oder? Nochmal eine Abschwächung. Das ist gerade sehr gut. Ich hätte tatsächlich auf den Hyperstrahl schwitzen müssen. Denn Doppel-Body-Slam besiegt mich. Das war ein dicker Anfängerfehler. Ich hatte aber die Sorge, dass du mich sonst weghaußt und du hast deinen nächsten Move auch schon ready. Und der ist mein Todesurteil. Das hat jetzt einfach diesen Kampf besiegelt und das war's dann. Ja, ärgerlich. Eigentlich noch eine knappe Kiste. Der Cup ist nicht meins. Wollt ihr aber gerne mal reinschnuppern. Und ich hoffe, dass das Set euch dennoch gefallen hat. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dort Feedback da lassen könntet. Und wir sehen uns ganz entspannt morgen wieder. Haut rein und ciao.